Erinnere Musik Erinnere Musik Erinnere Musik Mikasa, du wirst dein Bruder wiedersehen. Das verspreche ich dir. Erinnere Musik Erinnere Musik Erinnere Musik Erinnere Musik Geht, bitte. Geht. Dann werden wir hier bei einer Stabilität. Sie haben auch den Zuge geschickt, aber sie sind ... Hecht? Ich habe das Gefühl, dass sie hier in der Zeit gehalten haben. Ich glaube, dass die Beziehung an der Angelegenheit ist. Das Ziel ist, dass sie sich nicht überfallen. Ich glaube, dass die Beziehung es nicht in der Korte gehalten ist. Oh, nice. So, Leute. Vorhin lief was mit der Aufnahme schief. Deswegen müssen wir jetzt mit Eren kämpfen. Nicht wundern. Ah, ich habe leider vergessen, die Folge aufzunehmen. Aber ich habe schon gespielt. Nein, ne? Ja. Oh, der Neemission. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Titan töten. Okay, es wird auf jeden Fall schwieriger werden. Denn Eren macht leider nicht so viel Schaden wie Levi. Mit Levi sind wir immer so über 2000 noch was gewesen. Aber so, das hätten wir. Oh, hier, Gas-Kartuschen. Wie viel haben wir? Ja, ich brauche auf jeden Fall was. Danke. So. Verdammt, sie ist gestorben. Oh, fuck. Da ist sie. Oh, ich kriege dich, Fräulein. Linkes Bein. Oh. Da habe ich was abbekommen? Nee, zum Glück nicht. Oh, fuck. Okay, das wird auf jeden Fall schwierig. Das wird echt schwierig werden. Na, los, go. Ah, sie dreht sich, sie dreht sich. Ob das gut ist? Ja, okay, so kann es weiterbleiben. Oh, Mission erfolgreich. Hä, die haben wir doch vorhin schon gemacht, die Neemission. Verstehe ich nicht. Verdammt, wir brauchen eine gesamte Klinge und ein Körperteil zu zerstückeln. Oder wenn nicht sogar mehr. Ja, ich brauche jetzt eine Klinge. Was? Ich habe sie geblendet. Fuck, wir müssen erst mal abbauen, da hinten ist eine Neemission. Fuck. Ach ja, was ich mal nachgucken wollte. Ähm, man kann hier irgendwo Klamotten ändern. Aber ich weiß nicht wo. Warte mal. Nee. Schade. Na, er muss sich später mal prüfen. So. Okay. Sie ist sehr weit weg. Das heißt, wir können... Was? Nee, wie hat er mich denn jetzt bekommen? Ja, komm mit deinen Finger, Alter. Du fettes Schwein. Ja, alles möchtest du fressen, ne? Fettes Stück Scheiße, Alter. Ah, verdammt. So, schön von hinten angenähert und verrecke. So, los, go. Gas auffüllen, Gas auffüllen. So, hat er was verloren? Hat er... Hallo. Danke. Das war doch Levi hier, oder nicht? Ja, hier anwerben. Komm mit, Alter. Lass uns den Typen... Ach so, stimmt ja. Ich hab ja vorhin Schaden abbekommen. So, Levi. Lass... Lass uns los. Lass uns gemeinsam den Titan getöten. Ach, verdammt. Ach, Scheiße. Och, Mann. Warum ist da hinten wieder eine Neemission? Das ist so Scheiße. Etwas ist gerade passiert. Und zwar hat sie sich wieder regeneriert. Das passiert leider. Aber so sind ja auch die Titanen gestrickt. Mit der Zeit regenerieren sie sich wieder. Das heißt, die Körperteile, ja. Alles. Ob es Arme sind, Beine. Die können alles regenerieren. So. So, Levi. Jetzt aber. Ich setz mal ne Ulti dafür ein, ja? Oh, sie hat grad extrem viel Schaden abbekommen. Sie ist grad in eine Falle gelaufen. So, mal gucken. So, jetzt aber alle los. Rauf da. Ah, verdammt. Wir machen nicht so viel Schaden. So, das andere Bein. Nein, nein. Irren. Irren. Scheiße. Mann, du sollst es ihren linken Arm anbesehen, du Bastard. Ah, verdammt. Oh. So, nice. Ah, fuck. Ich mach... Ich hasse sie. Wir machen grad viel zu wenig Schaden. Ah, ich greif sie die ganze Zeit von vorne. Also, das ist... Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Los, go, 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 go. Fuck. So, nice. Oh. Hat Levi grad mitgeholfen? Ich glaub, ne? So, gleich können wir den Nacken angreifen, Leute. Ah. Warum macht Levi so viel Schaden und die anderen gar nicht, ey? Das ist kacke. Oh, oh. Ich muss meine Klinge neuern. Los, 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 los. Was? Sie hat mich nicht getroffen, Alter. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Ah, wieder eine Neemission. Aber... Das ist mir scheißegal. Ich... Ich kann nicht. Ich... Ich muss sie zuerst hüten. Denn wenn sie sich gleich wieder regeneriert... Dann hab ich die Arschkarte. Was ist denn hier los, Alter? Danke. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Diese scheiß Titanen, ne? Boah, Alter, wie viele. Los, komm, jetzt. Na, los, ran da. Ne, ich bin am falschen Arm. Ah. Boah. Habt ihr den kleinen Bastard gerade gesehen? Fuck. Wo kommen die ganzen Titanen? Das ist mir jetzt scheißegal, wie ich die Mission... ...hier beende. Hauptsache, wir füllen jetzt unser Schwert auf. Und dann geht's auf den Nacken. So. Vorlein. Jetzt sitzt was. Zack. Jetzt einfach nur noch stumpf draufhauen. Zack. Ja, nice. Ja, schade, Mann. Die Folge davor war so toll. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Scheiße, sie hat mich gekickt. So. Wir brauchen Gas, wir brauchen Gas. Ah, sie kommt. Oh, 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 oh. Na los, ran da. Nice, Leute, wir haben es gleich geschafft. Dann haben wir sie endgültig vernichtet. Uah. Also mit Levi ging es viel, viel schneller, Leute. So. Das haben wir gerade nicht so toll abgeschlossen. Aber naja, warum auch nicht? Ei, bleibt liegen. So, genau. Levi macht alle fertig. Da. Guckt es euch einfach an. Herrlich, was der Typ drauf hat. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, Mann, ey. Ohne ihn, wer sie jetzt tut. Ei, da ist Eren. Wir haben Eren gerettet, Leute. Nice. Genau, schnapp. Oh. Das war knapp. Das war knapp, Alter. Er lebt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, haut lieber ab, bevor sie sich wieder regeneriert. Denn das war auf jeden Fall nicht der letzte Kampf. Sie weint. Aber warum? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Oh, er ist wach. Schiff gelaufen. Ich habe noch nicht getroffen. Jetzt bin ich auf dem Rücken. Ja. Ich bin wieder auf dem Rücken. Ich dachte, ich bin schon wieder zurückgekommen. Ach so, die haben doch schon wieder zurückgekommen. die wissen gar nicht was die geleistet haben meckern auch noch um nein komm nicht wein bleib stark ja 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 Ich bin der Frau, ich bin der Frau. Ich habe mich mit ihr, was ich zu erzählen. Ich habe mich mit ihr, die Frau geholfen. Ich habe meine Frau, dass ich es nicht so gut ist. Erwin, Sie haben einen Gehör zu sehen, dass du siehst du in dieser Zeit, dass du siehst du in der Welt gesehen hast! Ich habe mich nicht so gut, was du? Ah, da, man. Es hat sich entschieden, dass wir die anderen Titans außer Acht gelassen haben. boosters zweimal in folge das heißt wir können zweimal nach vorne chargen wird bestimmt auf mir auf jeden fall mega nice sein so materialien ist auch nichts tolles dabei gewesen schade abnormal hier falls ihr wissen wollt was ein abnormal titeln ist sind auf jeden fall etwas stärkere die zweite seite und weiter ja leute hier sitzt levi in der nächsten folge werden wir gucken was lieber zu sagen hat denn die mission ging ja leider doch ein bisschen schief aus das war auf jeden fall nicht toll naja aber jetzt wollte ich noch mal kurz eine sache nachgucken hier outfit ändern hier mal gucken das haben wir das ganz normale das können wir ja das haben wir jetzt gerade an aber wir wollen ja hier zum aufklärungstrupp gehören und hier oder mit umhang ich würde sagen mit umhang das auf jeden fall sehr sehr schön warte mal das pferd ist das hier das haben wir ja schon ausgerüstert und zack das aussehen wurde verändert sieht das nicht nice aus sehr schön ja leute ich hoffe euch hat die folge auch wieder gefallen das war auf jeden fall nicht der letzte kampf mit dem titan er kommt definitiv noch mal vor denn er lebt ja immer noch ja falls euch die folge gefallen hat lasst mir einen daumen da oder einen kommentar oder auch ein abo wenn ihr wollt nein scherz beiseite wie ihr wollt leute dann würde ich sagen bis zum nächsten mal einfach da bleibt mir nur noch ein zu sagen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal